hallo ist der martin von many monkeys dass die dachsanalyse für montag den 9 9 2024 ja und unser dax der war zum donnerstag schon recht schwächlich hat dann nicht mehr mehr das kurkenglas aufgekriegt und zum freitag hat er sich dann ganz hängen lassen wir hatten darüber gesprochen ähnlichkeit hier unten und oben hatten gesagt es wird ihm durchaus auch zustehen da eben weiterhin der hohlung oben raus zu arbeiten er sollte dafür eben bloß über die 600 drüber und sich eben weiter hoch und das so lange wie er nicht unter die 500 zurückfällt denn unter 500 hat man gesagt könnte sonst sein dass er auf die 450 zurückfällt und hatte ich dann auch gesagt wäre es eher anzunehmen dass er dann auch gleich noch ein paar stationen tiefer absackt bis 360 3 35 und 200 glaube ich großteil davon hat er jetzt tatsächlich schon erledigt ist am morgen nicht über die 600 drüber gekommen ja hat dann relativ offensichtlich die 500 nach unten umgeklackt sich dann ein bisschen hier probiert zeitweise sogar kurz mal so aus wie es kommt dann aber dann einfach immer wieder nach unten durchgetreten erholung abgewirkt und so weiter und so fort und demzufolge nach einen komplett negativen tag hier drin stehen die woche auf wochenkerze ist natürlich jetzt auch ein ordentlicher flasche drin das problem ist bloß ich weiß muss jetzt wieder vorsichtig sein gab es hier hat manchmal sowas ähnliches wo er auf einmal so losgestürmt ist tageschart so eine fette bewegung gemacht hat dadurch auch gesagt naja vorsichtig so was zum dax eigentlich eher nicht nachhaltig der macht das der der fällt anders da hatte ich euch eine schöne skizze gemalt wie und immer und dann ist er doch noch zwei tage weiter gefallen und alle waren ganz böse auf mich im nachhinein war es dann doch nicht nachhaltig geworden hier ist es jetzt im wochenchart also eine ebene höher genauso viel zu viel zug schon auf der kerze vom top weg sowas kriegt in der regel eigentlich auch nicht nachhaltig nach unten zerlegt dennoch auch aus erfahrung der letzten tage eher würde ich nach unten raus einfach noch ein bisschen puffer mit einplanen und nicht sagen 200 ist jetzt hier das maß der dinge denn wir sehen es ja alle dass hier das stichter jeden ins auge hier unteres ballinger band auf 200 tage linie auf untere channelkante 17.800 das sieht so ein bisschen nach magischer stelle aus würde mich auch nicht wundern wenn das das 61 retracement hiervon ist dann haben wir hier vier sachen die aufeinander kommen also das ist schon fast ein supermagnet sollte der jetzt also weiter nach unten klatschen wie gesagt die wochenkerze an sich viel zu dynamisch schon wieder also ich würde sogar auch zutrauen wenn er gar nicht bis da unten hinkommt ja so aus der situation heraus aber ich will da nicht wieder die zu viele zu bullig daherreden sonst schimpfen sie wieder und springen dann hier unten erst short und dann verpassen sie die ganze aufwärtsbewegung rede ich lieber ein bisschen negativer dann können sie hier noch ein paar punkte short mitnehmen und sich dann unten rechtzeitig drehen das fällt glaube ich leichter wie wenn man hier unten erst short reinspringt wenn man hier oben die ganze zeit geglaubt hat das geht um die erfahrung habe ich ja nun gemacht somit können wir ein bisschen bessere guidance geben punkt fakt ist so wie er jetzt steht zum freitag hat er eigentlich keine gute basis um sich nach oben zu strecken er sollte jetzt demzufolge nach die 200 hier noch klar machen 201 85 ja das wäre jetzt eine schöne anlaufstelle könnt ihr weiß gar nicht haben wir es um zwei stunden schaden da hat man hier die pfeile drin wäre dann hier so die channel kannte ja das ist die 185 200 das gäbe das wäre jetzt zum montag vielleicht per abwärts gibt erreichbar und dann sollte man schon mal hingucken ob er nach 39 neue tageshoch liefert nach 10 uhr neue tageshoch liefert wenn ja hätte tendenziell ganz gute karten in erholung reinzugehen die erholung hätte es dann allerdings bei ja so ab 400 420 445 wo ist das die 44 70 das ist jetzt von unten natürlich dann hatte tobak man könnte sogar eine verbindungslinie ziehen die kommt ein bisschen steiler das dürfte man hier tatsächlich jetzt so machen auch wenn ich sonst eigentlich nicht so machen könnte man hier mal gucken die liegt so im bereich um ja doch 390 400 dann kann man das auch so lassen das wäre von unten jetzt widerstand ja das heißt sollte am montag 215 zum beispiel noch klar machen mit dem abwärts gelb und dann stößt er nach oben macht eine neue tageswoche nach 39 nach 10 uhr stunde ihm eine erholung hier hoch zu mit der fetten roten wochenkerze im nacken das ist erfahrungsgemäß aber so dass der dachs einfach auch nicht direkt dann auskontert wäre glaube ich auch ein bisschen die falsche jahreszeit jetzt um so eine starke wochenkerze auszukontern aber dass er abfedert ja ähnlich wie wir das im tageschart gesagt hatten erinnert euch hier an den tag wo das so lang war da habe ich gesagt jetzt werden tendenziell die tageskerzen eher kürzer und kleiner und dann dreht das sich wieder nach oben das war hier auch so ja es kam noch eine rote kerze die war noch kleiner und dann kam schon die grüne die dann umgedreht hat das ist jetzt hier das gleiche in grün bloß mit der wochenkerze trotzdem hat sie ziemlich viel aus dem konzept gebracht weil das noch allerhand punkte waren die dann plötzlich nach unten abgespult worden er sind ja knapp 900 punkte dann noch gewesen oder sogar fast 1000 gewesen die dann hier noch abgespult werden das heißt er hätte hier natürlich auf der ebene auch noch platz ein bisschen nach unten zu spucken ja und das muss auch nicht bloß eine 17 800 sein dass wenn der bereich nämlich spricht geht nach unten sogar neues tief auf aber ich würde jetzt erst mal kanalysieren mir geht es jetzt darum was passiert wenn erholung kommt wenn erholung kommt da war ich ja stehen geblieben würde ich tendenziell erwarten dass er an solchen barrieren sich dann richtig die zähne ausbeißt und von dort auch wieder runter geschickt wird und vielleicht sogar auch noch ein neues wochentief dann setzen kann darum ging es mir jetzt ja das hier ein bisschen zu betonen das heißt wenn wir hier unten jetzt die nächste wichtige bastion den nächsten widerstandsbereich oder unterstützungsbereich viel mehr erreichen bei 200 bis 185 er dreht sich hier hoch nachdem man abwärts gehabt gemacht hat könnte ich mir vorstellen dass wir eben bis in diese zone rein laufen und von dort dann aber auch locker wieder bis dahin zurückgeschickt werden können also positiv wird der kerl erst wieder über 18 600 und so lange sollte man hier unten dann in anstiegen genauer hingucken wenn die dann abdrehen lasst den ruhig ein bisschen der hat jetzt viel saft auf dem nacken sind in einer eher schwachen saisonalen hälfte des jahres oder im quartal da sollte man nicht nicht jetzt erwarten dass da jetzt eine grüne kerze kommt die am freitag bei sagen wir 20.000 schließt haben das jetzt hier ja untypisch ja wird nicht reinpassen ich würde trotzdem gerade wenn er das hier zu macht das gäbe und erstellt sich auf der 1 85 nach oben dann schon vielleicht eher in die erholung rein traden wie gesagt so 400 bis 470 wären schönes erstes zielfenster für die erholung um auch dort wieder abzudrehen und sollte den bereich um 185 sogar durchlaufen nach unten hätten wir im bereich um 17.900 bei der 1810 rum 1810 1850 ja 1850 bis 1810 17 900 und dann die 17 800 das werden die nächsten stationen nach unten wenn die 201 85 durchlaufen wird aber so wie es jetzt gemacht hat also ich rechne ihr damit dass das jetzt hier eine ganz schön schrammige woche wird die sich bestimmt auch zur seite auslagert er hat jetzt hier den strang erholung noch mal fast gleich also wird schon fast eher tippen dass der ordentlich fahrt rausnimmt und sich dann eher wieder nach oben zurück fummelt ja aber trotzdem denkt dran bei sowas hier hat man gleiche grün schon mal oder gleich in rot ja ähnliche situation gewesen hier jetzt sogar von oben gelagert und letztendlich haben wir hier jetzt auch auf den unteren ausbruch jetzt oberen ausbruch fehl ausbruch gekriegt ist auch für den dax nicht ganz untypisch ich glaube wir haben sogar in der letzten wochenanalyse wenn ich mich nicht entsinne letztes wochenende haben wir auch gesagt wenn der hier oben eintritt kann der locker 50 prozent erstmal hier wieder zurück wenn er oben den pullback nicht verteidigt ja also ich bin der meinung haben sogar in der in der morgen analyse besprochen ich bloß im webinar aber auf so einen fehler ausbruch noch mal in die mitte zurück ist jetzt nicht ungewöhnlich dass hier auch so ein 1 60er noch mal abholen bezahlen würde ich auf jeden fall kann man kann man auch unten nach haus schorten ja wenn der jetzt irgendwie erholung macht und er bricht wieder nach unten ein dann wäre auf jeden fall noch platz da dennoch würde ich erwarten dass wir uns in dem bereich erstmal wieder stabilisieren weil die wochenkerze viel zu dynamisch nach unten kommt da muss erst mal wieder irgendwas in die seite aufgebaut werden dass der nach unten raus das verwandelt kriegt weil jetzt viel zu viele short handeln wollen hier halt das funktioniert so nicht das kriegt der dax hat gute techniken um unten richtig rauszukommen das ist keine davon hat man hier auch schon betont wie gesagt da gab es viel kritik die leute das anders gesehen haben und er eben dann doch noch ein zwei tage gefallen ist bevor es eben komplett wieder raus geschoben hat aber dieses dieses hier rausschieben das ist eher sowas was auf sowas folgt wie das was er jetzt hier wieder macht halt na und von daher bin ich da ein bisschen noch verhalten und habe so eine halbe long brille eben noch auf einmal auf dem grund weil sowas eben oft folgt wie gesagt hier haben es viele leute kritisiert haben gesagt martin du bist hier viel zu viel long unterwegs und letztendlich ist es aber auch eben auch wieder so gekommen und man kann das nicht garantieren haben auch gestern gesagt gibt keine garantie dass er nach oben kommt wenn er nach unten umklappt dann klappt er nach unten um und dann kann man einfach short noch mit handeln kann man versuchen auf der punkte strecke da eben noch was mitzunehmen und für mich wäre das jetzt hier so der bereich 1 85 200 drunter sehe ich dem noch gebe ich dem noch platz stabilisiert er sich aber aus der zone da 185 200 gleich am morgen nach oben weg lassen 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 auch erst mal wieder nicht 400 reinschwimmen und wie gesagt tendenziell hätte so eine wochenkerze ja irgendwie in zeit geht in zeitwärts dann über gut hoffe euch gut beidseitig bedient zu haben wir haben ja über die long szenarien über abwärts szenarien besprochen habe ich gesagt wo ich denke dass der knackpunkt liegt macht was was ja was das was viel erfolg kurz gelingen bis morgen tschüss